Hallo liebe VFR-Fans, Freunde, Sponsoren und Mitarbeiter. Willkommen an Tag 4 unseres Fitnessprogramms. Ich habe mir heute drei Übungen vorgenommen und zwar geht es um den Bauch, falls wir immer wieder in Urlaub kommen. Die erste Übung sind die Dead Bugs, danach folgen 30 Sekunden Mountain Climbers und danach machen wir nochmal 10 bis 15 V-Sits. Danach sollten wir erstmal durchkommen und dann folgt noch eine Challenge. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie man die Dead Bugs macht, danach dann die Mountain Climbers und dann den V-Sits. So, zum Ende gibt es nochmal eine kleine Challenge, damit es auch einen Gewinner gibt. Das ist einmal die Bring Sally Up Push Up Challenge und die zeige ich euch jetzt, wie es funktioniert. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. 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 Vielen Dank.